Es wird noch eine Sitzung von der Skade und Mark Wallenbein gefahren. Ruben Zeltner geht als Spritgleiter in die Finalrunde gegen Jakob Jankon. Sie sehen wie die Trampen fliegen. Sie sehen wie die Trampen fliegen. Der zweite Tramp ist über den Zand gekommen. Mike Knon. Der Oldie, der inzwischen auch noch ein bisschen mehr Familie und Beruf gemacht hat. Das heißt Oldie, der Metallbau-Ingenieur ist nur 41, aber er hat natürlich spielen muss. Und wir werden die Doppel haben. Der Motorradfahren ist längst nicht so billig wie vielleicht der ein oder andere glaubt. Man muss schon eine Menge Geld für einen guten Motor auf den Tisch. Die Doppel kam auch. Dann macht es gut. Jetzt mit Titzchatzstrau... Mann ... Mein Vater sieht noch ein bisschen besser aus. Ich habe ihn in den letzten 20 Jahren nicht so... Ich habe ihn in den letzten 20 Jahren nicht so... Aber es ist so, die... Inhaft lautet... Ja, da sind sie! Papa! Na, den chit! So, so, so! Und? Ja, jetzt sind die andere... Ja, jetzt... Ja, ich hab's doch gesagt...